Sandro Zurkirchen, herzliche Gratulation zu diesem Derbysieg. Sie als ehemaligen Ambrie-Spieler hier einen Tessiner Derby zu gewinnen in der Valasche, wie fühlt es sich an? Sehr gut. Es ist gut, auf der richtigen Seite der Gewinner zu stehen. Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Wir haben gewusst, dass es nicht einfach wird, aber jeder war im Kopf sehr parat und das war sehr wichtig. Jetzt sind es endlich wieder mal drei Punkte. Es gab ja noch nicht so viele Dreier in dieser Saison. Auf dem lässt sich aufbauen, zumindest defensiv, oder? Ich glaube, nach den ersten zwei Spielen, die wir uns noch nicht so gefunden hatten, ist es stetig aufwärts gegangen. Wir hatten eine sehr gute Spielzeit in den letzten Tagen und Wochen und haben uns das Schritt für Schritt erarbeitet. Defensiv stehen wir mittlerweile sehr solid. Das hilft sehr gut und macht sehr viel Spass. So können wir weitermachen.